Konnichiwa Minasan und ich will euch ja nicht weiter nerven, aber auch das Viertelfinale zwischen Bisu und Best ist vorbei. Bisu hat 2 zu 0 gewonnen, falls ihr direkt jetzt in diesem Satz einsteigt und die anderen noch gar nicht gesehen habt, schaut es euch trotzdem an. Die zwei Spiele waren wirklich gut, das zweite vielleicht nicht ganz so wie das erste, aber es lohnt sich auf jeden Fall beide anzuschauen. Immer ein bisschen gut zum PVP lernen und geht also einfach zurück, am einfachsten ist es mit den über die Videoantworten wieder zurück zu springen. Zurück und vor, wie man es kennt. Genau und sonst, tja, kommt darüber hinweg, dass es Best verloren hat, das schafft ihr. Und natürlich an alle Fanboys und Girls von Bisu, tja, freut euch, es verlangen es noch dauert. Denn Bisu jetzt sicherlich hatte Konkurrenz haben, spätestens im Finale, falls er es jetzt durchs Halbfinale schafft. Vielleicht noch als kleine Erinnerung, jetzt im Halbfinale wird er dann wahrscheinlich gegen den Gewinner von Fantasy gegen Luxury spielen. Wenn ich richtig informiert bin, wenn nicht, auch egal, dann habe ich euch eben jetzt verwirrt. Interessiert mich jetzt auch nicht weiter. Also, also dann, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020